Wir sind jetzt gerade mal wieder heute Morgen alarmiert worden zu einem Flächenbrand gemeldet angrenzender Schweinschall in Gefahr. Haben auf der Anfahrt schon auf Sicht fahren können, haben daraufhin etliche Feuerwehren dazu alarmiert, alles auf dem Umkreis, so dass wir auch das Feuer gerade bei der trockenen Hitze schnell eindämmen konnten. Zum Glück war der Stall nicht ganz in Gefahr, war ca. 100 Meter entfernt und konnten somit mit knapp acht Feuerwehren hier den ganzen Einsatz komplett schnell abarbeiten. Ja, Hitze nach wie vor, hoffen, dass es heute nicht der letzte Einsatz ist hier. Ja, wir sind für eine kleine Feuerwehr GERDE, Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung jetzt jeden Tag mindestens einmal, wenn nicht zwei oder dreimal im Einsatz und das ist sehr kräftezehrend, gerade bei der Hitze, bei der Hitze 40 Grad, arbeiten im Moment so, dass wir schon auf der Anfahrt die Kameraden mit Getränken versorgen.